Mal Leute, heute kommt ein neues Video von mir. Heute wieder shop. Hier haben wir Schlotter. Dann 500 V-Box. Dazu gibt es... äh... Dazu gibt es... ...Eiss... ...Schwingen. Hier haben wir... ...Frost... ...Schneide. 800 V-Box. Hier haben wir... ...Lebkuchen. 500 V-Box. Das ist der Hängeleiter von Lebkuchenheit. Advents... ...Gitator... ...ne... ...Adventsar... ...Gitator. Da haben wir 500 V-Box. Den Backbett dazu. Lebkuchen... ...Kanonier. Keine Ahnung, wie die richtig ausgesprochen haben. Tut mir leid. Dazu gibt es den Backbett. Und dann hat hier... ...Plätzchen vor. 500 V-Box. Hier haben wir festliche... ...Verfechter. 800 V-Box. ...Traditionsbrecher. 200 V-Box. 500 V-Box. Heim... ...Heimeliges Fest. 300 V-Box. ...Pijama. ...Patrouille. 800 V-Box. Schlafanzug. Schlechterin. 800 V-Box. Fröhliche Verfechterin. 800 V-Box. Und hier wieder festliche... ...Michterin. Zuckerfee. Dann 500 V-Box. Dazu gibt es... ...Flatterfrost. Schneegestöber. 1200 V-Box. Rot-Nasigel-Räuber. 300 V-Box. 300 V-Box. Rufzer-Schlacht. 200 V-Box. Hier haben wir... ...Komm-Doch. 200 V-Box. Hier haben wir... ...Gitter. 200 V-Box. ...Dies. Hier haben wir... ...den Star Shop. Der ist so... ...wie der... ...am Anfang war. Das war's mit den... ...Shop-Videos. Ciao Leute. Ciao.